Hallo und Freunde, was geht damit auf euch? Geht es gut an mich sehr gut, Leute. Ich werde mich einfach mitnehmen und mal schauen, was wir machen. Also mein Alltag, halt so wie im Vlog. Und jetzt... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen auf meinem Handy vom Hacker. Oder? Nein, ich spreche das Video ab. Nein. Schon wieder der Hacker. Er hat es mir gesendet, hallo immer, willkommen zurück. Wir werden hier gleich fünf Aufgaben stellen. Nein. Der jetzt sieht ja hier, was ich gerade geschrieben habe. Ihr habt gerade gesehen, was der Hacker mir gerade geschickt hat. Was soll ich sagen? Wir machen es. Also läuft, wir machen jetzt drei Lebensstilzen. Hacker, schau das an. Hier, Alter. Wirklich. Immer müssen wir mich so nerven. Und drei. Stell mal die nächste Aufgabe jetzt. Also Leute, ich habe dem Hacker die Nachricht gesendet. Mal schauen, was er zurückgeschreibt. Leute, der Hacker hat es leider nicht angenommen. Er sagt, wir müssen noch zwei machen. So Leute. Noch zwei. Und zwei. Hacker, wenn du das jetzt nicht annimmst, wenn du das jetzt nicht annimmst, mache ich das hier mit dir. Da habt ihr gesehen, was er gerade gesendet hat. Auf geht's. Leute, ich bin jetzt vor der Tür, beziehungsweise ich bin nämlich hier weitergelaufen, weil da haben wir eigentlich keine Straße. Also Leute. Eins. Und dann wieder zurück. Zwei. Und Leute, jetzt nur noch drei. Eins. Zwei. Das nur noch einmal. Okay, Leute. Geschafft. Ich habe die Karte kurz hier abgelegt. Ihr habt gerade gesehen, was für eine Aufgabe der Hacker gesendet hat. Wenn ihr nicht lesen könnt, gewinnt eine Runde im FIFA. Was machen wir jetzt? Ich bin hier. Wenn ihr euch gerade fragt, warum ich hier spiele, oben mein Zimmer ist eine Baustelle. Wir werden alles neu holen, alles neu kaufen. Deswegen werde ich jetzt hier eine Runde spielen. Leute, ich habe gerade Galataserei gegen Fenerbahce. Einfach mal 5-1 gewonnen. Hier. Und dabei esse ich mir jetzt auch noch die Mr. Bischokolade. Mhhh. Ihr habt doch gesehen, was der Hacker gerade geschrieben hat, ne? Leute, das werde ich nicht machen. Ich habe zu Hause noch so Doritos. Die werde ich jetzt essen. Der Hacker ist doch bekloppt, oder was? Neunjähriges Kind soll ein Hotchip essen. Wir werden sein Träumen sehen. So, Leute. Ich habe jetzt den Hotchip. 3, 2, 1. Mhhh. 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 Hacker, das ist so scharf. Mhhh. Ich bin hier gerade im Büro. Mehr darf ich leider nicht zeigen vom Büro. Aber dahin ist auch schon Papier am Drucker. Ich werde es kurz mal holen. Ein Papier. Hat der Hacker gesagt? Na schon. So, jetzt ein Papier. Ich will nicht. Ich darf sogar mitschauen. Guck mal meine Augen an. 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 Nein, 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 nein. Gilt der Dummkopf jetzt wirklich meine Nummer veröffentlichen? Bitte guck dieses Video gar nicht mehr an. Bitte. Das kann doch sein, dass ich jetzt meine Nummer veröffentliche. Mit dem Hacker kann man wirklich gar nicht reden. Jetzt was soll ich sagen. Lasst alle ein Abo und Like da. Ciao.